Moin zusammen, ich bin's wieder, der Ham und heute bin ich wieder Eurotrack Simulator 2. Ja, ich bin hier gerade auf dem Weg nach, äh, Leipzig. Jetzt fragt mich aber mal, was ich geladen hab. Ich glaube, Batterien. Ich weiß es gar nicht mehr. Wollen wir auch gar nicht wissen. Wir wollen ja nur nach Leipzig. Jetzt ist es wahrscheinlich, hab ich irgendwelche Healerware drauf oder so. Und ja, ich stehe immer noch in der Miese. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, wenn ich pleite geh. Geh mir weiter ins Osten genauso. Da war ich, bin ich glaube ich im Moment auch in der Miese. Weiß ich gar nicht. Soh... Soh... Man muss das ein kribbeliges Gefühl sein für einen Pkw-Fahrer, wenn so ein Lkw-Fahrer von hinten ein-auwein-zugeschossen kommt. Boah, aber nur Landstraße, Landstraße, Landstraße. Und ich darf hier nur 60. Oh, tanken? Oh... Oh, tanken? Nee, ich hab noch hundert, logisch, glühfig. Ich kann dir im Moment doch gar nicht sagen, ich hab gar nicht das Geld zum Tanken. Werde ich schon wieder müde, ist viel zu duster. Was haben wir denn jetzt überhaupt für eine Uhrzeit? 17.38 Uhr. Um Mittwoch. 18.38 Uhr. Ey, hier war vorhin Dingsdass... Ist auch egal. Hier ist gleich Kreuzung. Wie weit müssen wir noch bis nach Leipzig? 106 Kilometer. Magdeburg. Ach, hat schon Licht an. Ach, hat schon liegt. Ach, hat schon liegt. Ach, ein... muss man das denn ganz bunte straße hier sonnenblumen sonnenblumen die drehen tagsüber ihren kopf mit der sonne ganz interessant oder ihre blüte so ich glaube jetzt bergen uns hier mal ein bisschen hier muss man nämlich gleich ab hier müssen wir ab hier 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 Gloppzig. 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 Gloppin. Gloppzig. Oh, you move. Ja, Gott sei Dank, wieder von der blühen Bundesstraße runter. Ja, noch richtig, ich wollte gerade schon sagen. No, 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 no. Sieben Kilometer, sieben Minuten, schaffe ich das noch, hoffentlich schaffe ich das noch in dieser Folge. Ich wollte die Sitzung nämlich jetzt abschließen. Ja. Erster Aufenthalt Leipzig, jawoll. Haben wir das auch schon mal? So, jetzt erwarte ich aber mal, eigentlich muss hier immer eine grüne Welle sein, ne? Ah, siehst du? Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Das auch noch. Da hinten ist mein Ziel, ne? Ja. Ja, ich glaube, ich habe nicht weit genug ausgesch... ...jup, da sind wir! Automatisch einparken möchte ich nicht. Nein, wir haben noch eine Minute. Das ist wieder so knapp. Ich bin ja immer so, immer so, immer so knapp. Ja, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht harm? Was macht harm als nächstes? Oh, haben wir es da denn wieder gemacht? Dann warten wir erstmal ab, bis ich hier eingepackt habe. Oh, okay. Gucken, wie viel Geld ich kriege, dass ich hier wieder... Ja. Ja. Au! Ja. So. Das wäre wie viel? Gute Arbeit, naja, immerhin. 4.000, immerhin. Oh, gut. Du, ich habe jetzt wieder Fähigkeiten gesammelt, aber wisst ihr was? je mehr Kilometer und das so ja, so, jetzt muss ich aber Schluss machen meine Zeit ist rum und wenn ihr euch jetzt wieder fragt was macht haben, was macht haben, was nächstes oder was haben wir gemacht dann schaut euch den nächsten Teil an wenn ich wieder Euro Simulator zum Beispiel das wird aber erst in der nächsten Sitzung sein bis dann, winke